Tach liebe Zockerfreunde, willkommen zur ersten Folge von GAMAKDEM GAME MAGAZIN. Wenn ihr fette, dreckige Nerds sehen wollt, seid ihr bei uns genau richtig. Ja, das kann man durchgehen lassen. Wir zeigen euch heute die neuesten Neuigkeiten aus der Videospielewelt. Bin ich echt so fett? Willkommen bei den Gaming News. Zuerst zum Wetter. Sonnige Aussichten für Sony und die Playstation 4. Spiele. Zwar wurden auf dem offiziellen Playstation Vorstellungsevent nur der Controller und einige Spiele vorgestellt. Diese sind dafür aber exklusiv. Und zwar Diablo 3 als Umsetzung für Playstation 3 und 4. Killzone, Watch Dogs und Destiny, welches ein Spiel von den Halo-Machern ist. Schlecht bzw. verregnet sieht es aus für Nintendo und die Wii U. Viele Entwickler springen ab, Exklusivtitel lassen warten bzw. werden für andere Konsolen ebenfalls veröffentlicht. Die Klassiker von Nintendo fehlen, d.h. kein Zelda z.B. Außerdem ist die Hardware veraltet. Die Nominierungen des Deutschen Computerspielpreises stehen fest. Chaos of Deponia wurde zweimal nominiert. Einmal als bestes deutsches Spiel und einmal als bestes Jugendspiel. Glückwunsch dafür. Diana Sisters wurde als bestes Kinderspiel und Tiny & Big als bestes Jugendspiel nominiert. Erste Bilder vom DLC von Dead Space 3 sind veröffentlicht worden. Wir vermuten, es handelt sich bei diesen Bildern um Extremisten von Unitology. Tom Brader, seit jeher das Spiel der Möpse. Ähm, der Massen. Bereits eine Million verkaufte Exemplare in den ersten zwei Tagen. Respekt. Gerade PC-User profitieren von der neuen H-Engine. Arme Konsolen-Nutzer. Dafür gibt es allerdings am PC erhebliche Probleme mit den GeForce-Grafikkarten. Punkt für die, äh, Konsolen-Nutzer. Gut. Nun zu den Schlagzeilen. Der Witcher 3 kommt 2014 und soll 20% größer werden als Skyrim. Neue Skins für Kerrigan von StarCraft 2. Bioshock 3 wird bald erscheinen. Und last but not least, The Last of Us. Die Demo kommt im Mai. Nach unzähligen Zombie-Titeln, äh, endlich mal ein postapokalyptisches Spiel ohne Zombies. Ich sagte, ohne Zombies. Nein. Oh, äh, ich höre gerade, dass bei The Last of Us dann doch Zombies mit auftreten werden. Wollen Sie ein Videospiele-Fan so richtig auf die Palme bringen? Dann haben wir jetzt etwas für Sie. The Blightfold. Alle Welt spielt mit offenen Augen. Heben Sie sich von der Masse ab. Spielen war noch nie so leicht. The Blindfold ist leicht zu montieren und benutzerfreundlich. Stellen Sie jetzt The Blindfold. Unterhalten Sie Let Me Be Your Eyes kostenlos dazu. Na, von den Toten wieder auferstanden? Hat's geschmeckt? Ja. Wir spielen jetzt eine Runde Let Me Be Your Eyes. Das heißt, Wolf kriegt seine Augen verbunden, einen Game-Controller in die Hand und ich sag ihm, was er zu tun hat. Und danach tauschen wir. Ja. Dann mal los. So, links. Okay. Okay, vier. Na, na, zurück, zurück, zurück. Ja, weiter, weiter. Nee, wieder links. Alles gut. Rechts. Jetzt rechts. Jetzt rechts. Dreh, dreh, dreh. Dreh, 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 dreh. Ja, rechts. Perfekt. Zu weit rechts. Stopp. Ich muss auch Stopp sagen, oder? Ja, natürlich muss ich Stopp sagen. Ich seh nichts. Jetzt ein Stück rechts. Okay. Vier rechts. Vier rechts. Ah, und tot. Super. Okay, nächstes links. Versuch mal das. Ja, links. Stark links. Stark links. Und Stopp. Rechts, 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 rechts. Da sieht man überhaupt nichts da unten. Ja, ich seh überhaupt nichts hier unten. Okay, links. Nein. Ja, nein. Ist auch tot. Ich glaube, das war's schon. Ich glaub auch. Okay, versuchen wir das auch einfach nochmal. Yay. Ähm, das ist spaßig. Irgendwie schon. Also, gerade. Okay, nochmal. Ich würde sagen, ich würde dreimal machen, oder was? Oh, rein. So, ein Stückchen links. Ein Stückchen links kann ich. Okay, jetzt rechts. Ich kann mich aber orientieren. Ich glaube, ich fress... Und? Stopp. Ah, rechts. Ja, schreien bringt mir gar nichts. Ich weiß. Ich muss nur mal überlegen, wie es heißt. Welche Richtung. Rechts. Ganz kleines Stück. Okay, und jetzt stark rechts. Stopp. Links. Ja, genau, genau, genau. Links, links, links. Weiter links. Und warten. Es geht ab, Alter. Okay. Aber du hast ordentlich was eingesackt. Yay. So, rechts. Das klang auch gut. Ich kann mich ja an der Akustik orientieren. So, stopp. Links. Ach, nein, nein, nein. Weiter rechts. Alles gut. Und direkt wieder links. Daneben. Ich habe ja sogar... Alter. Ich habe ja sogar... Bisschen rechts. Ich habe ja sogar einen Rollsound. Ich merke ja, wenn ich mich bewege, höre ich gerade. Worauf man da auf einen achtet. Ja, ja, weiter rechts. Stopp. Links. Genau. Und jetzt weiter links. Oh ja, das geht gut. Und stopp. Okay. So. Ähm, links. Ein Stückchen. Und jetzt stark. Ja, genau. Halt. Stopp. Okay, zu weit. Verdammt. Nochmal. Okay. Ein bisschen. Halt. Weiter. Zurück. Ah, verdammt. Ah, das kriegt nicht gut. Nee, und tot. Das war die zweite Runde. Okay. Naja, alle guten Dinge sind drei. Hau weit. Komm. Aber das war besser als letzte Runde auf jeden Fall. Unglaublich. Man scheint sich tatsächlich zu steigern, wenn man etwas öfter tut. Und daraufhin mal geschlossen ist. Weißt du nicht. Ähm, die Viecher kommen direkt auf sich zu links. Und stopp. Ah, rechts. Da unten sieht man wirklich nichts. Das ist voll hinterhältig. Du weißt, wenn man die Ecke vom Bild dreht sich immer aus dem Bild raus. Weil ja, die Arena normalerweise genau ins Bild passt. Kann sein, ja. Ist voll blöd. Links. Definitiv links. Wenn du das sagst. Und stopp. Ich rolle einfach. Ähm. Links, jetzt stark. Okay. War gut, aber nein. Hätte ja klappen können. Die Richtung ist schon mal richtig. Aber du... Ja, genau. Jetzt nach rechts. Ähm. Und stopp. Ah, das Viech kommt dir hinterher. Das ist doof. Ja, dann sag, wie ich wegkomme. Alles gut. Weiter rechts. Rechts, 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 rechts. Alles gut. Ah. Sehr gut. Ja, mal gucken, wo es andersrum besser wird. Das ist vertrauenswürdig. So, lass uns tauschen. Okay. Du darfst wieder gucken. Ah, Licht. Da sind deine Highscores. Da waren meine Highscores. Genau. Der Wolf-Highscore ist noch von vorher. Da warst du übrigens besser als... Unglaublich. Dass die Testphase mit Augenbinde besser war als die ohne Augenbinde. Genau. Damit hätte wirklich niemand gerechnet. Ich glaube auch nicht. So, weiter geht's. Ja, dann. Jetzt. Auf zu Runde 2. Wir sind wieder da. Diesmal mit getauschten Rollen. Ich habe Augen. Eher nicht mehr. Juhu. Und, äh, schauen wir mal. Ab geht die Post. So, du drehst dich schon nach rechts. Äh, stopp mal. Also ein bisschen nach links so ruhig. Okay, jetzt starten. Nein, okay, das war schon. Okay, das war gut. Das war gut. Du bewegst dich ja schon am Anfang, wenn ich noch gar nicht sage. Äh, nach rechts, 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 rechts. Du musst schon... So spät nach rechts. Ach, Mist. Außerdem musst du wissen, wo rechts ist. So, jetzt hart nach rechts. Rechts, 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 aber wieder zurück. Nein. Okay, das war gar nichts. Das war eine sehr gute Runde, glaube ich. Wie viel haben wir eingesammelt? Äh, das war, äh, fail. Okay, nochmal. Äh, give it a try. Und vor allen Dingen, mach nicht so viel, wenn ich noch nichts sage. Okay. Und mach was, wenn ich was sage. Ich nehme erstmal die Hände kurz weg. Ja, bitte. Perfekt. Dann fangen wir nach links an. Langsam. Gut. Äh, äh, stopp. Gerade. Und jetzt, äh, hart nach rechts. Gut. Nach links. Links, links, links. Nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel. Nein, eigentlich nicht so viel. Oh Gott. Okay. Alter, das ist sehr hart. Also wenn ich nicht hart sage, dann mach auch nicht hart. Äh, du dreckst dich. Ich hab schon wieder, ja, ja. Äh, äh, jetzt hart rechts. Stopp. Leicht nach links. Leicht nach links. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Gut, gut, stopp, stopp, stopp. Jetzt, äh, nach rechts ein bisschen. Bisschen nach rechts. Gut, gut. Weiter nach rechts. Nach rechts. Ach, nein. Okay, nein. Jetzt, genau, genau. Perfekt. Nach links in die Ecke. Gut. So, sehr gut. Jetzt langen wir weiter nach links. Das waren ein paar Punkte. Gut, jetzt kannst du es preisieren. Das ist egal. Äh, das war nicht so clever. Okay, okay. Äh, äh, weiter nach links. Stopp, 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 stopp. Links, 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 links. Ähm, stopp, stopp. Rechts, 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 rechts. Zu spät. Zu spät und zu viel. Rechts. Äh, weiter nach rechts ein Stückchen. Halt, 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 halt. Ganz wenig nach rechts. Ganz wenig nach rechts. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Äh, nach links. Nach rechts. Stopp, 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 stopp. Okay, langsam nach links. Langsam, langsam nach links. Was ist denn stopp? Nicht mehr, oder? Stopp, stopp, stopp ist, äh, aufhören zu drehen. Ach so, okay. Du drehst gerade. Gut, 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 nach rechts. Rechts, 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 rechts. Langsam, langsam, langsam. Stopp, 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 stopp. Links, 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 links. Halt, 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 halt. So, das war mir nicht vorbei. Rechts, 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 rechts... nichts, zu viel, da wasampfort. Ok, Volle Karte, war auch zu viel. Langsam, langsam Stop, stop... nach links. Volle Karte ist bis hin eines... Halt! 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 Nee nach rechts, sind nicht nach rechts. Rechts, 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 rechts... Rechts, rechts... Vieх rechter Stopp. Wir müssen irgendwie die Geister da wegkriegen. Die sind nämlich da, wo die letzten Punkte noch sind. Weiter nach rechts. Machen wir weiter nach rechts. Stopp. Stopp, stopp. Gut. Und jetzt hat Selina ihn! Das war außerdem rechts. Das war rechts, ich weiß. Aber besser, besser. Okay. War das jetzt schon wieder für Highscore? Das waren schon wieder drei Versuche. Wie viele Punkte haben wir denn? 160. Das war knapp unter deinem Sichtrekord, ne? Tatsächlich. Das waren irgendwie 177 oder so. Tatsächlich, ja. Das war ganz gut. Das klingt doch schon mal schick. Okay. Machen wir noch einen. Du kommentierst, also du gibst gute Anweisungen. Na immerhin. Du setzt die Scheiße um, sonst werden wir noch besser. Okay. Nach rechts, 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 rechts. Links. Etwas nach links. Und jetzt nach links ein Stückchen. So lassen wie es ist. Links, 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 links. Nein, nein, nein. Okay. Da kam ein Geist, den hab ich nicht gesehen. Blöd. Das war das mit der Ecke, ne? Du rollst volle Kanne nach rechts. Das ist falsch. Nach links jetzt. Stark, 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 stark. Und stopp. Sehr gut. Leicht nach links. Leicht nach links. Stopp. Und rechts. Nein. Gut, 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 gut. Gut. Perfekt, perfekt. Nach Stüchen nichts machen einfach. Das dreht sich nämlich gerade schon gut. Und stopp. Also nicht mehr dreht. Nein, nach rechts, nach rechts, 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 rechts. Rechts. Halt. Ein bisschen nach rechts. Ja, rechts war da. Ein bisschen nach rechts. Du drehst nicht nach rechts. Gut. Stopp nach links. Ja, gut. Wie auch immer. Nach links. Gut. Und wieder noch so ein Schub nach links, wie gerade eben. Und mehr. Gut, 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 gut. Nach rechts, bitte. Warte. Ne, warte. Jetzt volle Kanne. Rechts, 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 rechts. Scheiße. Da hat sich jetzt wahrscheinlich einmal um sich selbst gedreht. Ja. Ach, verdammig. Genau. Nach rechts, bitte. Mehr, 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 mehr. Gut. Halt. Äh, scheiße. Links, 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 links. Ich hör ja nichts. Ich hör mal den gleichen. Du hörst doch noch? Gut wird reichen, würde ich sagen, oder? Ja. Interessant. Gut. Sehr interessant. Das war Not Pac-Man und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich glaube, beschreiben ist genauso scheiße wie nichts zu sehen. Ja. Aber nichts ist trotzdem eine lustige Erfahrung. Faszinierend. Ja. Also ich fand es interessant. Man hört halt mal so auf die ganzen Spiel-Sounds, die man zwar sonst wahrnimmt, aber eigentlich untergehen, weil die optische Belastung zu hoch ist. Ja, stimmt. Aber wenn man nichts sieht, dann hast du halt das Rollgeräusch, das dir sagt, wenn du rollst. Dann weißt du, wann du dich nicht bewegst. Du weißt natürlich jetzt bei Pac-Man zum Beispiel, weißt du noch nicht, wann du, ob du jetzt in der Ecke liegst oder ob du es gerade perfekt ausbalanciert hast. Aber du weißt immer nicht, wo du bist, aber du weißt, ob du dich und wie du dich bewegst. Das ist ganz cool. Wäre, glaube ich, ein interessanter Markt zu erschließen, Videospiele für Blinde, die nur auf Sounds basieren. Ja. Okay. Gut. Mal gucken. Man sieht sich beim nächsten Mal. Let me be your eyes. Heute wird. Not Tetris. Yeah. Ja. Ähm. Ja, wir werden nur einspiele. Ich stell dir immer noch schnell ein. Oh, das geht's nur. Los geht's. Ähm. Nach links. Nach links. Ganz nach links? Ja, ja. Und nach ein bisschen nach links drehen. Oh. So. Schneller. So. Oh, ja, passt schon. Okay. Ähm. Wieder nach ganz links. Ja, so steinend ziemlich so weit rechts rutscht, dass der dahin passt. Okay. Ja, 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 ja. Noch weiter nach links. Noch weiter rutschen. Oh, der ist schön. Der ist schön. Ja? Oh, der ist schön. So. Jetzt noch ein bisschen drehen. Und zwar nach rechts. Und nach rechts bewegen. Halt, halt, halt. Halt. So. Ja, der passt. Der kommt gut. 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 Alles okay. Ich fand ich dafür unten eine Linie abgebaut bekommen. Ein Stück nach links. Ein Stück nach links? Ein Stück nach links? Stopp. Stopp. Wieder nach rechts. Wieder nach rechts. Ah, also. Okay. Jetzt ein ganz bisschen nach links. Halt, reicht. So, muss ich irgendwas drehen? Nein, der müsste gleich von alleine so reingehen. Ja, muss reichen. Jetzt ganz nach rechts. Und auch nach rechts drehen. So. Noch weiter nach rechts drücken einfach und dann müsste das passen. Oh, der ist zu schmal. Verdammt. Scheibe. Der ist geht überhaupt nicht. Ja, der kommt okay. Das ist super. Das ist so ein Elschlein, der gerade perfekt in so die Tür. Nach rechts drücken. Ähm, nach ganz links. Okay. Einfach gedrückt halten kannst du auch. Ach so. Das hast du mir nicht gesagt. Ah, okay. Entschuldigung. Nach ganz rechts. Ich fahr ja gleich voll die Musiker. Ich kann gar nichts davon mit. Ich fahr hoch grad, weil wir sind keine Linie zusammenkriegen. Wirklich noch gar nichts? Nein. Das hörst du. Ach so, das hört man. Okay. Okay, super. Nicht mal ansatzweise? Doch, wenn du jetzt... Du sagst du gar nichts. Jetzt drehen. Drehen. Um 180 Grad. Ja, in welche Richtung? 180 Grad. So. Ja, aber gut. Jetzt ein Stück nach links. Links, 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 links. So. Ja. Das ist ja jetzt nicht wahr. Jetzt einfach runter drücken. Ja. 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 Haben wir das ganz oben verloren? Wir haben eine hier. Ah, geil. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Wir haben eine, die wir abbauen. Ja, schnell. Ähm. Ganz leicht nach links drücken, um die Rechtsfeldung auszugleichen. Der ist schon nach rechts. Ach, verdammt. Ähm, drehen. Bisschen drehen. Ja, in welche Richtung ist egal. Verdammt. Ja. Das ist schwerer als die links. Äh, nach links. Nach links. Na. Du sagst halt nicht halten, Mann. Nach rechts. Nach rechts. Wie rechts ist denn die Scheiße? Ne, manchmal musst du einfach weiter nach links drücken, obwohl du schon am Rand bist. Das ist okay. Du sagst dem nichts. Jetzt nach links. Ganz leicht nach links. Stopp. Nach rechts. Nach rechts. Nach links. Nach links. Ah. Genau, der fällt rein. Der fällt rein. Der kommt noch. Der ist runter. Ja. 2, 3, abgebaut haben wir gleich verloren. Wahrscheinlich. Ich bin ernst. Ja, Mann. Nach rechts. Rechts. So viele Steine sind aber noch ganz gekommen, oder? Ganz viele Steine, glaub mir. Ah, der könnte passen. Boah, das ist jetzt doch echt sonst. Nach rechts. Das war nicht. Ja. Du sagst gar nichts. Aber ich kann einfach irgendwas passen. Ja? Momentan passt es sogar. Ja. Jetzt nach links. Nach links. Wir dürfen jetzt nicht zu viel rechts schaffen, wenn wir schon so viel haben. Ja. Wieder nach links. Nach links. Oh. Links, 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 links. Oh, ja, 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 ja. Jetzt einfach nach unten. Dann. Nochmal nach unten. Ja, geil. Ja, geil, Mann. Jetzt haben wir gleich wirklich verloren. Nach rechts. Nein, nach links. Ach, jetzt. Na, jetzt sind wir bei. Sag doch was. Wir schaffen das, Mann. Wir schaffen das. Wir haben gerade blublub gemacht. Nein, okay. Wir haben drei Linien abgebaut und einen Score von 191 Punkten. Das sind übrigens mehr, als ich gerade in meiner Testrunde vorher hatte. Ja, Mann. Ich hab's drauf. Wollen wir noch eine Runde? Wollen wir jetzt. Ja, ich würde sagen, du spielst noch eine, und dann tauschen wir. Dann spielst auch noch mal zwei, genau. Ja, dann enden. Ich fasse meine Fassi mal ein bisschen in die Tasten, damit es hier losgeht. ja wir spielen nochmal nehmen wir jetzt mal einen anderen track und du hast was anderes gehört das ist ja nicht von dir ehrlich und jetzt geht's los und gleich nach rechts und drehen ist egal, 183 drehen und stopp, nach rechts rücken nein, er ist ungekippt nach links, nach links, nach links und auch wieder 180 so er könnte gut ankommen jetzt runter drücken oh, der kam gut so, nach links und nach links drehen und weiter nach links drücken nochmal drehen? nein, das ist nicht nach rechts und nach rechts drehen und weiter nach rechts drücken, perfekt oh, geil, Mann er kommt zum Feld zumindest schön wir müssen pressen gerade runter drücken hallo? naja, der war gut nach links drehen jetzt rechts drücken, damit er... ah ok ein bisschen nach links noch ok, ein bisschen mehr wäre das egal nach links drehen und ganz leicht ein Stück nach links stopp, stopp, wieder nach rechts, wieder nach rechts wieder nach rechts, wieder nach rechts Alter das ist unglaublich schwer, das glaubst du gar nicht ja, der ist ok nach links, nach links, nach links boah, ich kann gar nicht sprechen ich muss mich voll auf dich konzentrieren also, auf jeden Fall du ahnst gar nicht, wie schwer das ist diese Information im Kopf erst zu verarbeiten äh, gerade runter die Information im Kopf erst zu verarbeiten musst du dir dann zu sagen nach rechts und dann runter drücken und runter ne? wie unfair noch ein Stück nach rechts und dann wieder runter so, jetzt hier klappt nach links ich spiel verarscht ich spiel verarscht, glaub ich selber ja wahrscheinlich und dann ronder nach links drehen εhm, nach rechts bewegen ehh, ich steh mich gerade drüber genau, wieder nach rechts perfekt genau weiter nach rechts immer ganz nach rechts oh, der ist schön jetzt, øhh, ein bisschen nach links bisschen nach links Der kommt und jetzt gerade runter drücken. Ja, wir haben hier liegt hier. Nice, Mann. Oh, nochmal gerade runter drücken. Boah, was ist los? Wir haben Teili hier. Jetzt nach links und drehen dabei. Nach links, genau. Und ganz ran, wenn der nach links drücken. Ja, Alter. Geil, Mann. Es läuft. Stück nach links, Stück nach links, Stück nach links. Weg nach links. Alles besser. Okay, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Geil, geil, geil. Ich anfange zu wischen in der Mitte. Ich bin ein bisschen mitstoßen, Marc. Ein Stück nach rechts drücken. Komm, runter drücken, runter drücken. Oh, schön. Ein Stück nach links, ein Stück nach links. Ah, der konnte auch klappen. Jetzt ganz nach links. Gedrückt halt. Ja, der ist okay, der ist ganz links. Jetzt ganz nach rechts. Versuchen wir hier gerade mal, halbwegs wieder eine gerade Ebene aufzubauen. Das ist super. Klappt nur nicht. Ja, nach rechts. Nach links, nach links, nach links, nach links. Das ging gerade nämlich noch ein Stück nach rechts. Weg, dabei. Und, kommt, da klappt es. Ja, vier Lines. Was? Wir haben gerade einen Rekord von eben geschlagen. Und gerade runter drücken. Fünf Lines. Alles klar, Schlag ein. Nochmal, ein bisschen nach links noch. Und dann, ah, verdammtes Stück. Jetzt, jetzt, gerade runter. Oh, Alter. Wir machen da wirklich weniger Linie. Nochmal gerade runter. Achso. Ja, was cool ist, dass wir gerade lauter Kleinteile haben. Alle in die unteren Zeilen rutschen. Und dadurch dann die unteren Leiste anbauen. Willst du mir nichts sagen? Ja, nach rechts. Ah, verdammt, der hat schon angeeckt. Nach links, nach links, nach links, nach links. Alles gut. Ja, fällt in Ordnung. Nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Ah, jetzt haben wir auch gleich wieder verloren, aber 7 Lines. Ich glaube, wir sind echt mit verbundenen Augen tätig zu spielen. Schreien, die umfallen. Das war's. Hast du's überstanden? Super. Mach doch was irgendwie. Du hast 447 Punkte gemacht. Wir nehmen mal ein, das ist gut. Ja, das ist gut, oder? Du hattest vorher gerade mal knapp 200 Punkte. Das ist Doppelte. Jo. Nice. Super. Dann würden wir mal sagen, wir wechseln mal, oder? Dann tauschen wir jetzt mal. Dann werde ich mich mal schön in die Irre führen. Aber du ahnst nicht, wie schwer es ist. Oh, scheiße. Sieht gar nichts. Du guckst auf den Bildschirm und denkst dann, okay, das Ding muss nach links. Und dann das Ganze aber in eine Ausgabe für den Mund umzuwandeln und dann nach links irgendwie zu sagen, ist, äh, ja, äh, komplex. Na gut, denn jetzt die Rückrunde von Let Him Be My Eyes oder so ähnlich. So ähnlich. Ich bin so flink so fertig als er ist. Ich mach mich mal blind, oder? Mach das mal. Boah, ich muss gucken, ob ich überhaupt was sehe. Okay. Ah, so. Du musst das Spiel starten. Ich hab nämlich keine Ahnung, was ich drücken muss. Ich geb einfach mal A-GEN hoch. A-Type steht da jetzt. Das ist die Musik, die ich gerade umstelle. Ja, was muss ich jetzt drücken? Fängt schon schwer an, wirklich. Jetzt Enter einfach. Enter? Jetzt geht's los. Äh, ganz nach rechts, bitte. Und jetzt schnell runter. Oh, shit. Oh, ganz nach links. Ganz nach links. So, jetzt können wir ein bisschen reden, das Ohr dazu, bitte. Kein Bock mehr auf schnell runter. Nee, nee, nee. Nee, sieht gut aus, jetzt auf der andere Stand. Super. Okay. Ey, okay. Rechts. Kleines Stück. Kleines Stück. Kleines Stück. Weiter. Stopp. Stopp. Zurück. Zurück nach links. 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 Stopp. 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 Ja. Wies, dicker. Wies. Fenix. Das geht wie so ein Ausland. Äh. So, jetzt noch runter. Nur noch runter. Nur noch runter. Alter, jetzt ganz nach links. Ganz nach links. Ganz nach links. Ey, wenn du das sehen könntest. Ich fühl's so gut. Ich guck's dir bestimmt an. Ich guck's dir bestimmt an. Ich hoffe, ich zieh's. Äh, scheiße. Okay. Rechts, 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 weiter, rechts, weiter, rechts, weiter, rechts. Stopp. 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 Links, nicht. Warte mal, nein, nicht, rechts, rechts, rechts. Oh, kacke. Obwohl, 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 das könnte so gut sein. Rechts, 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 mann. Rechts. Und jetzt links. Links. Junge. Oh nein. Du solltest nicht drehen. Ich hab nicht gedreht. Das Ding dreht sich. Es ist... Drehs. 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 Komm. Ja, so ist gut. So ist gut. Oh nein. Ja, ich hab's auch gehört. Ich hab's nicht geglaubt. Ganz nach links, ganz nach links. Übrigens, du kannst an der Seite ablesen, wie voll die Reihe schon ist. Okay. Also, je dunkler, je der kleine Seite bleibt, desto weiter ist es. Nice. Packen wir den auch ganz an, eigentlich. Jetzt kannst du ja weiter. Jawoll. Oh, 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 nicht so schnell. Äh, ja, keine Ahnung. Links, mach links. Keine Ahnung, ist schon mal gut. Rechts, 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 rechts. Okay, 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 stopp, halt. Und jetzt nach links. Links, links. So, dafür, du kannst nach links, alter. Joa, nice. Äh, versuch das mal... Ne, das kannst du nicht. Das ist einfach so frei. Scheiße. Äh, ein kleines Stück nach rechts. Kleines Stück nach rechts. So, und jetzt so... Ne, viel zu viel links. Äh, jetzt links. Äh, und jetzt, warte, warte. Einen kleinen Tick nach links. Nur den Haufen. Alter, zu viel. Oh, wir haben gleich verloren. Die Steine fallen. Äh, rechts. Und versuch es ein bisschen nach rechts zu drehen. Ja, alter. Ne, viel zu viel. Ich übertreibst du aber nicht. Kein Spaß. Äh, und dreh so ein bisschen nach rechts und lass es dann fallen. Puh, das sieht doch nicht so aus. Okay, das ist meine Reihe. Drehen, drehen, egal in welche Richtung. Oh, zwei Reihen. Wie ist das denn jetzt passiert? Ja, weiter unten wahrscheinlich. Ja, aber der Stein ist noch nicht gefahren, deswegen hab ich mich jetzt gewundert. Äh, links. 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 Links ist vorbei. Und der nächste Stein und der... Ja, und jetzt mit voller Karacho, damit er die andere noch runter drückt. Yeah. Und jetzt drehen nach rechts. Und jetzt. Ja, 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 ja. Und jetzt. Äh... Das links. Links. Und jetzt links drehen. Oh, ich wollte links drehen sagen. Äh, denn... Ja, so ist gut. Wieso dreht er sich? Warum dreht sich die Scheiße, man? Hast du was getrückt? Du hast nichts getrückt. Warum dreht der sich? Erst nachdem du dich beschwert hast. Ah, scheiße. Ach so. Okay. Trotzdem gerümmert. Was soll ich machen? Es ist alles voll? Es sind so viele Lücken. Das soll ich links. Ganz nach links. Das war rechts! Ich seh's nicht, verdammt! Ach so, sag das doch! Deswegen spiele ich so Scheiße. Rechts! Rechts! Jetzt müssen wir das noch mit mir vollkriegen. Oh, dann sieht das aus. Du musst mal weinen. Ich wollte mal abweg, dann liegt es direkt, wenn du nichts sagst. Das hat Pup gemacht. Pup! Ja okay, das war die erste Runde. Ich hab eine Linie, nee, zwei Linien. Okay, kann mal jemand gucken, ich glaub die Kamera hat geblinkt. Ist die aus?